Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategien und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Tja, heute gibt es etwas Besonderes, denn ich habe mich endlich getraut, auf Anreiten auch meiner Community, mich einem doch weiteren Hardcore-Strategiespiel zuzuwenden. Und zwar John Tillers, Panzer Battles, Battles of Normandy. Ich habe ein bisschen Berührungsängste gehabt mit den ganzen John-Tiller-Titeln, denn es gibt unglaublich viele. Da müsste ich direkt mal nachgucken, wie viele. Das Schöne an John Tiller ist, er deckt im Prinzip so jede Epoche irgendwie ab. Jedes mögliche Kriegssetting, also amerikanischer Bürgerkrieg, Zweiter Weltkrieg, viele Kampagnen, ob es nur Normandie ist oder im Osten. Es gibt, ich glaube, einen israelisch-arabischen Krieg. Also jede Menge ist da geboten. Und wenn man das System einmal gelernt hat, kann man ziemlich viele Spiele damit oder auch Kampagnen und Kriege nachspielen. Und allein das ist schon ein Grund, dass ich jetzt unbedingt meine, ich nenne sie mal John-Tiller-Phobie, mal ein bisschen loswerde. Denn ein bisschen sperrig ist es schon. Ihr seht es ja oben auch schon an den ganzen Buttons. Hier möglichst viele Kolonnen mit verschiedenen Symbolen. Und man liest auch hin und wieder, dass es ein bisschen sperrig ist. Ich habe jetzt noch nicht so viel gespielt. Knappe sechs, sieben Stunden. Ich glaube, ich bin jetzt aber soweit, um euch auch zeigen zu können, was das Spiel so kann und ob es Spaß macht oder nicht. Und habe mir gedacht, deswegen machen wir mal eine kleine Videoreihe zu John-Tiller. Ausgesucht habe ich mir die Kampagne, nee, die Mission East of the Orne. Oder Orne? Ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht. Ich lese mal vor. Ronville, north of Caen, June 6, 1944. In the early morning hours of the 6th of June, the paratroopers and glider men of the 6th British Airborne Division were landed on the far left end of the Normandy Beach Head. Their mission was to protect the flank of the British 3rd Infantry Division, scheduled to land just west of the Orne Estuary. The action began while the glider Coup de Gras by Major John Howard's D. Company of the 2nd Battalion, Oxfordshire and Buckinghamshire Light Infantry. The task was to secure the bridges across the Orne River and Canal, and hold until relieved. Huh. Ah. Additionally, the bridges on the River Divé, as well as the Merville-Batterie of overlooking Sword Beach, had to be neutralized to prevent the Germans interfering with the blind British seaborne landings. This scenario covers the first day of action for the British and Canadian units of the 6th Airborne Division and the German response to push back the airborne invaders. Soweit. So gut. Also man kann die ganzen Schlachten natürlich auch gegen den menschlichen Mitspielern machen. Das werde ich auch bald machen. Ich werde das auch als Let's Play Play by E-Mail veröffentlichen, denn ich glaube, dass das Ganze, na das heißt ich glaube, ich bin mir da sicher, dass das Ganze gegen den menschlichen Gegner natürlich nochmal deutlich mehr Spaß macht. und da ist der Spiel in seiner ganzen Pracht. Ich zoome mal ganz raus. Die Karte ist schon mal ziemlich groß, was mir sehr gut gefällt. Was jetzt auch erstmal auffällt ist, keine Einheiten da. Macht auch Sinn, denn wie wir jetzt gerade im Mission Briefing gehört haben, geht es hier um die sechste Airborne Division der Briten, die gelandet sind. Vielleicht machen wir noch mal einen kleinen Ausflug. Gehen wir mal rüber. So genau. Nochmal ganz grob zusammengefasst, von was hier eigentlich gerade die Rede war. Jetzt haben wir hier nochmal den groben Übersichtsplan für die Operation Overlord. Und was sind wir jetzt hier? So, der Bob Ross des Wargaming schlägt wieder zu. Klar, wir haben jetzt hier quasi die Seestreitkräfte bzw. die Landoperationen an den einzelnen Stränden. Und es geht hier bei uns um den Strand Sword. Unsere Karte deckt hier so dieses Gebiet grob ab. Können wir jetzt nochmal rüberschauen. Wo habe ich jetzt die Karte hin? Ah ja, hier ist nochmal eine andere Karte von den Landezonen. Wir kämpfen also. Unsere Karte ist, ich mach jetzt mal ein, dieser Bereich. Und in diesem Bereich sind britische Fallschirmjäger, britische und kanadische Fallschirmjäger gelandet. Denn hier hinten in den, man sieht sie hier schon, hier hinten sind die einzelnen Strände Sword, Juno, Gold und weiter drüben noch Utah und Omaha. Und man sieht ja jetzt hier schon auch auf der Karte, dass hier im Prinzip wie die Operation geplant war, welchen Fortschritt sie machen wollten. Und man hatte natürlich berechtigterweise Angst, dass bei der Landoperation der Briten hier an Sword deutsche Einheiten aus dem Osten nach Westen verlegt werden oder aus dem Süden. Und die britischen Fallschirmjäger sollten das im Prinzip verhindern. Ich, genau. Gehen wir nochmal auf eine Karte näher. Wo war wir jetzt hier? Erstmal gucken, ob man überhaupt noch alles sehen kann, was ich zeige. Ja, kann man ganz gut sehen. Das ist jetzt nochmal die Spielkarte. Man kann es jetzt hier ein bisschen schlecht sehen. Ich male das jetzt nochmal eben ganz grob ein. Es gibt hier natürliches Hindernis, besser gesagt zwei. Wir haben hier einmal einen Fluss und einen Kanal. Und letztlich ging es darum, Übergänge über diesen Kanal, man sieht hier eine Straße, Übergänge über diesen Kanal quasi abzuriegeln, damit die Deutschen hier keine Verstärkungen an Sword Beach schaffen konnten, um da die Landung wieder zurückzuwerfen. Machen wir die Ebene wieder aus. So. Was wir jetzt im Briefing. Das Briefing war ja relativ oberflächlich, sage ich mal. Und ich habe das letzte Mal in einem Livestream mich ein bisschen darüber aufgeregt, dass ich eigentlich so gut wie keine Informationen darüber habe, welche Einheiten bekomme ich. Was ist eigentlich konkret meine Aufgabe außer diese Siegpunkte? Also ich finde, wir haben natürlich jetzt hier, ich kann mal auf der Karte, schauen wir mal rüber, kann man jetzt hier auf der Karte gucken. Hier sind natürlich Siegpunkte eingetragen. Ja, ich muss Benoville hier des Hex einnehmen, Pont de Raville muss ich einnehmen. Gibt es hier oben noch Merville. Ja, es war im Briefing auch kurz die Rede, dass es da halt eine Artilleriestellung gab. Aber mir persönlich reicht es aber nicht. Ich brauche so ein bisschen drumherum. Ich muss mich da reinversetzen können und ich muss vor allem den Auftrag auch irgendwie genau verstehen. Und mein Tipp für sowas ist, Wargames leiden oft darunter, dass es keine ausführlichen Briefings gibt. Es gibt natürlich meistens auch keine schicken Renderszenen oder sowas. Aber, und das ist das, was mich an Wargames so fasziniert und was ich auch so gern mag, ist, dass es natürlich reale Ereignisse sind. Und reale Ereignisse haben natürlich den Vorteil, dass man nachlesen kann. Dementsprechend war mein Tipp, den ich euch draußen schon aufgegeben habe, Wikipedia aufmachen und was drüber lesen. Und genau das habe ich getan, denn ich hatte keine Ahnung, was es sich hier so wirklich handelt. Und zwar ist es die Operation Tonga. Kann man sie auch schon sehen. Und die Operation Tonga war im Prinzip das, was jetzt auch mein Auftrag ist. Die Straßen sichern und vor allem auch diese Batterie hier oben. Wir gehen nochmal rüber bei Merville. Hier war eine mutmaßliche Artilleriebatterie mit 150 Millimeter Kanonen, hat sich herausgestellt, es waren dann gar keine, sondern bloß 100 Millimeter alte tschechische Artilleriegeschütze. Und die haben, man sieht es hier auch schon, jetzt habe ich wieder falsch hingescrollt, man sieht es hier auch schon so ein bisschen an diesem Panzergraben, der da ist oder an dieser Fortification, in welche Richtung die zielt. Denn die Batterie hatten hier oben, die Strände sind hier oben bei Colville, La Plage, Riva Bella, da sind die Briten angelandet, konnten also quasi direkt den Strand einsehen und auf den Strand schießen. Und ich hoffe, ich schalte einigermaßen vernünftig um. Ja, genau. Das sind also unsere Ziele. So, jetzt machen wir den Arrive-Dialog auf. Jetzt kann ich schon mal die Einheiten, die landen jetzt erst. Das sind ja Fallschirmjäger, deswegen ist die Karte auch erstmal leer. Die bringen wir jetzt erstmal alle auf die Karte. Die werden schon unter Feuer genommen, einen Mann verloren. Das schauen wir uns auch nochmal genauer an. So, da sind wir bei Merville. Und hier drüben. Wer oder was ist jetzt hier gelandet? Wir können mal hier gucken. Die D-Kompanie und Teile der B-Kompanie und die gehören zur, wenn wir mal schauen, steht alles hier auf Rechtsklick, kann ich die Einheiteninformationen ablesen. Die gehören zum siebten Parachute Battalion und zum fünften Parachute Brigade, der sechsten Airborne Division. Es tauchen jetzt dann die Runden später, das weiß ich auch noch aus dem Tutorial, noch ein paar weitere Einheiten auf und ich fühlte mich so ein bisschen verloren, was ich jetzt eigentlich so direkt machen soll, was eigentlich der Auftrag ist. Und tatsächlich auch so ein bisschen, wie setze ich meine Einheiten an? Es gibt natürlich jetzt zwei Herangehensweise für Wargamer. Entweder ich entwickle meinen Plan komplett alleine. Ich schaue mir die Karten an. Ich schaue mir an, was es für Geländemerkmal gibt. Wir haben zum Beispiel jetzt hier eine kleine Hügelkette ist übertrieben. Straßenkreuzung und dergleichen mehr und entwickle quasi meinen eigenen Plan. Oder, und das ist auch ein Tipp für mich, man kann sich von mir an euch, man kann sich natürlich auch an den historischen Plänen orientieren. Muss nicht sein, aber letztendlich haben sich ja da nicht nur einer irgendwas gedacht, sondern ziemlich viele mit einem Generalstab oder mehrere Generalstäbe und ausgefuchste Pläne gemacht. Und wenn man, ich sage jetzt mal, schnell einsteigen will und wie ich das letzte Mal im Livestream keine Ahnung hat, was man zu tun hat, dann macht man es einfach so und lädt sich. Waren wir es denn? Ich bin immer noch im Photoshop. Ah, Karten runter, wie diese hier, wo relativ genau drinsteht, was die einzelnen Aufgaben waren, wer wo gelandet ist. Und so mache ich das ganz gern, dass ich mir da meine Sachen zusammenbastele. Denn ich habe mir jetzt hier schon mal mit N, V und K die Dropsounds eingezeichnet. Das heißt, in diesen Bereichen, kann man es jetzt auch noch schon sehen. Ja, in diesen Bereichen werden meine Fallschirmjäger größtenteils landen. Zwei Dropsounds habe ich noch nicht eingezeichnet, denn ich brauche ich nicht mehr. Es gab noch eine Dropzone X und eine Dropzone Y. Die waren hier, zwischen dem Kanal und der Orne. Und hier ist die berühmte, bei Benoville, machen wir mal hier die Dinge weg, ist die berühmte Benoville, Brücke von Benoville, wurde unbedannt in Pegasus Bridge. Das Besondere daran ist, es ist eigentlich unvorstellbar, was da passiert ist, ist eigentlich, tja, dass wenn man nicht wüsste, dass es passiert ist, würde man sagen, sowas kann nicht vorkommen. Denn da sind britische Gleiter, teilweise bloß 40 Meter, man muss sich mal vorstellen, 40 Meter neben der Brücke gelandet, während da Deutsche waren und die Brücke bewacht haben. Einer der Gleiter hat sogar einen ziemlichen Unfall gebaut, es ging in Pfosten oder in den Graben, da hat es vorne die Piloten durch die Windschutzscheibe gehauen, die waren erst mal zwei Stunden bewusstlos. Also die muss man sich vorstellen, die landen 40 Meter neben der Brücke und die deutschen Einheiten reagieren quasi nicht drauf. Die haben irgendwie gedacht, es ist ein Flugzeug abgestützt, was abgeschossen worden ist. Trotzdem ist es verwunderlich, dass da britische Fallschirmjäger die Brücke quasi im Handstrich nehmen konnten, indem sie direkt bei den Brücken landen. Ja, schon ein gewagtes Manöver. So, jetzt zeigen wir uns mal ganz kurz ein, bin ich noch drauf. Wir zeigen uns mal ganz kurz ein, wie, ich sage jetzt mal, die grobe strategische Ausrichtung war, was die Pläne waren. Und zwar, mal gucken, wie groß der Pfeil ist, ich glaube, so geht's. Es landen insgesamt zwei Brigaden, zwei Luftlandebrigaden. Eine Brigade besteht dann wieder aus drei Bataillonen. Also, es landet die dritte, die fünfte Luftlandebrigade. Ich zeichne das jetzt mal hier so grob ein. Teil der fünften Luftlandebrigade war das siebte Bataillon. Das ist das, was hier schon gelandet ist. Das siebte Bataillon hatte die Aufgabe, das malen wir uns jetzt hier mal ein, diesen Bereich hier zu sichern. Und zwar gegen Vorstöße aus dem Süden und bei Durchbrechen von Verteidigungsanlagen auch durch Osten. Denn das waren im Prinzip die Hauptschnittstellen, wo im letzten Falle deutsche Panzer, vor denen hatten sie am meisten Angst, denn es lagen Panzerinhälte nicht weit weg. Wie wir heute wissen, wurden sie ja zu spät von der Kette gelassen. Aber die Angst war natürlich berechtigt, dass die Deutschen hier hinten quasi Landestrände bedrohen. Also, wir machen jetzt nochmal weiter. Den Plan mache ich jetzt hauptsächlich für mich. Der ist entnommen aus dem Wikipedia-Eintrag im Prinzip. Also, ich mache es jetzt mal hier ein. Das soll die siebte machen. Dann besteht die fünfte Luftlandebrigade noch aus der zwölften und dreizehnten. Aus dem zwölften und dreizehnten Bataillon. Im Übrigen, das habe ich letztes Mal schon erwähnt, die Dokumentation bei den Panzer-Battles bei den Jotila-Spielen ist hervorragend. Ich habe zum Beispiel hier die gesamte Aufstellung aller Einheiten, die in der Normandie gekämpft haben. mit einer groben Einteilung, wer denn alles so drin ist. Wir haben jetzt hier die 6... Jetzt müsste man es sehen können. Wir haben jetzt hier zum Beispiel das Organigramm der 6. Airborne Division, der Red Devils. Da kann ich erstmal schon mal grob sehen, wer ist denn alles mit dabei. Ja, wir haben hier Airborne Armored Reconnaissance Regiment. Das wird erstmal noch nicht kommen. Das waren allerdings Panzer, die auch per Luft, per Gleiter reingekommen sind. Dann haben wir das 22nd Independent Parachute Company. Da haben wir übrigens hier auch schon die Einheiten dafür da. Hier ist der erste Zug, zweiter Zug und hier oben ist der dritte Zug gelandet. Wo ist er denn? Hier oben. Die sind da echt gelandet. Sind auch jetzt an den Orten, wo sie historisch auch vorgekommen sind. Und zwar war deren Aufgabe, das waren sogenannte Pathfinder, die sollten die Landezonen für die Gleiter markieren. Das heißt, die wurden abgeschmissen und sollten dann im Prinzip mit Leuchtbeacons oder Radiobeacons, ich weiß nicht genau, was es waren, die Landezonen markieren. Ich werde es auch mal so tun, dass sich die zu den Landezonen bewegen muss. Dann haben wir einen Kleider. Ah, jetzt ist es irgendwie abgeschmiert. Naja, gut. Aus irgendeinem Grund ist mir der Upgrade wieder abgeschmiert, aber das macht ja nichts. Wir machen weiter. Also, zwölfte und dreizehnte gehören zur fünften Brigade. Doch, zur fünften Brigade. Und zwar hatte die dreizehnte die Aufgabe, diesen Bereich hier zu sichern. Man sieht schon, hier ist auch ein kleiner Hügel. Ich mach das jetzt mal hier ein. Das ist die dreizehnte. Ich muss ihn schlecht lesen. Die zwölfte hatte den Auftrag, diesen Bereich hier zu sichern. Das ist zwölfte Bataillon. Damit endet hier auch eigentlich schon der Aufgabenbereich der fünften Brigade. Den malen wir jetzt hier mal ein, den Sektor. Und hier drüben war dann der Verantwortungsbereich der dritten Brigade, die in der Landezone V und N und K gelandet sind. Keine Angst, ich komme gleich noch zum Spiel, aber ich denke mal, es ist relativ wichtig. So, wir hatten hier die Aufgabe, die achte. Es landet das achte Bataillon. Das landet hier unten bei K. Die hatten die Aufgabe, diese Brücken zu zerstören bei Troyes und Bures. Machen wir das jetzt hier mal auf. Dieser gesamte Sektor gehört im Prinzip der achten Bataillon. Dann haben wir noch das erste kanadische Bataillon. Die sind hier in der Landezone V gelandet. Deren Aufgabe war es, die Brücken von Varaville und Ribouron zu zerstören. Die hier über den Fluss gehen. Machen wir das jetzt hier mal so ein. Das ist das erste. Dann haben wir noch ein weiteres Bataillon und zwar das neunte Bataillon. Das neunte Bataillon hatte den Auftrag, die Batterie bei Ranville einzunehmen und zu zerstören. Und zwar bis 5.30 Uhr, wenn die Truppen anlanden. und nach Zerstörung der Batterie bei Ranville sich hier runter zu begeben und diesen Bereich zu sichern. Und zwar ist das bei Le Mesnil. So, machen wir mal die neunte. Das ist jetzt ein grob zusammengeschusteter Plan, den ich mir jetzt aus Wikipedia herausgelesen habe. Aber ich weiß sofort, was ich zu tun habe. Und ich werde mich jetzt auch grob daran halten. Und damit geht es jetzt auch mal direkt weiter mit dem Spiel. So. Also. Was ich jetzt mal locker machen kann, ist jetzt hier mal meine Pathfinder. Die simuliere ich jetzt mal. Es ist eigentlich ein Schmarrn. Man muss es nicht machen. Aber. Tja. Da die Einheiten es in der Echt gemacht haben, werde ich es jetzt auch mal... Ach, die kann sich noch nicht bewegen, hat kein Movement. Ja. Die wahrscheinlich auch nicht. Spielerklärung folgt immer so peu a peu. Ich habe jetzt hier keine Tutorial in dem Sinn. Aber ich werde euch Kleinigkeiten immer auch erklären. So. Jetzt habe ich wieder falsch gesummt. Hier. So. Hier haben wir jetzt also quasi unsere siebte Kompanie. Heißt jetzt bloß nicht so, dass die D-Kompanie Oxford und Backenheimscheier und da drangehängt. Da war ich auch bei dem ersten Anspiel auch ein bisschen verwirrt. War auch mir auch noch die B-Komponie mit dranhängt. Die wurde extra für die Mission quasi denen unterstellt. Dem Howard. Ich glaube das war Major. Oder auch Major war er. Und die sollten diese Brücke einnehmen. Und genau das werden wir jetzt auch machen. nehmen wir jetzt mal die Objectives weg. Wo sind sie denn? Objectives. Genau. Und da ist die Brücke. Z drücken kann man sehen. Und bei Beno Will haben wir jetzt auf alle Fälle schon Feinkontakt gehabt. Was ich jetzt machen werde ist, dass ich ohne Rücksicht auf Verluste diese Brücke einnehmen werde. Nehme ich einfach rüber stimme. Oh, da schießt noch jemand. Ah, eine Panzerabwehrkanone. Ich mache es jetzt so wie sie es damals gemacht haben. Einfach drauf. Mal gucken was passiert. Beziehungsweise ich könnte eigentlich jetzt zuerst hier auch noch mit den Jungs schießen. Schießen. So. Jetzt. Die Entfernung ist die Entfernung nur eins. Hard soft target. Ach so. Okay. Es ist ja Nacht. Das vergesse ich natürlich. Man müsste die schwarz einfärben. Die können natürlich jetzt bloß ein Hexfeld weiter sehen. Wir bewegen den mal rüber. Jetzt findet sogenanntes Opportunity Fire statt. Jetzt können wir die Deutschen, die sich der Verschanzt haben in Beno Will runter Feuer nehmen. So. Ich vergesse immer die anzuklicken. Schließen können die nicht mehr. Ah ja. Übrigens hier. Die Einheit, die wir hier sehen. Man steht es hier oben. Das ist die C Company. Number Two Wing. Das fand ich sehr interessant. Ich konnte damit gar nichts anfangen. Und zwar waren bei den britischen Luftlandedivisionen, gab es ein Glider Pilot Regiment. Und zwar, und das wusste ich nicht, die Piloten, die die Gleiter gesteuert haben, wenn die gelandet sind, das waren ausgebildete Kampftruppen. Und die haben, nachdem sie mit den Gleitern gelandet sind und natürlich keine Verwendung mehr für die Gleiter da waren, haben die sich ja hier auch in Kompanien zusammen geschlossen, wurden auch trainiert und haben ja auch Kampfaufträge übernommen. Ich werde es jetzt einfach so ein bisschen als Feuerwehr nutzen, beziehungsweise als Einheiten, die ich in Reserve halte. Aber natürlich können die auch benutzt werden. Aber ich fand es sehr, sehr spannend, dass die Piloten der Gleiter einen direkten Kampfauftrag hatten. Wir haben natürlich jetzt ganz schön den Beschuss genommen von hier, von der Pack. Nichts passiert. Haben auch keinen Effekt. Aber da scheint mehr drin zu sein, als nur ein Geschütz. So, das war's. So, dann machen wir jetzt mal hier. Ich habe die übrigens in den sogenannten, man sieht sie ja in den weißen Streifen oder hinten hier an diesem T, in den Travel Mode versetzt. Denn nur so können sie die Brücken drüber. Und wir werden jetzt da mal drüber marschieren mit einem Assault. Hat no effect, no effect. Das heißt, weder ich hatte Verluste, noch der Gegner hatte Verluste. Da müssen wir wahrscheinlich in der nächsten Runde noch ein bisschen bergern, das Ganze. Hier das sind Pioniere, die ziehen wir jetzt auch noch nach. Kann ich auch in den Travel Mode versetzen. Die brauche ich vielleicht auf der anderen Seite, um da die Stellungen auszubauen. Denn die Pioniere sind natürlich hervorragend darin, Stellungen, Schützengräben und sowas auszuheben. Hier unten haben wir schon eine feindliche Einheit. Und das war's für die Runde. Kann ich mir der noch ziehen? Nee. Die sind durch. Wir haben es leider nicht geschafft, hier die Brücke gleich im ersten Handstrich zu nehmen. Hier unser Company HQ, der Howard. Schauen wir mal, hat der ein Bild? Nee, er hat keins. Der kann natürlich auch noch feuern. Oder kann er es nicht? Er macht es gerade nicht. Warum, weiß ich nicht. Egal, soll zurückbleiben. Turn. Next Turn. Weihand brauchen wir nicht. So, da ist jetzt schon die Frage, was passiert jetzt hier? Wir wissen es nicht. Wahrscheinlich werden wir durch Mörser unter Beschuss genommen. Sieht mir fast so aus. Bisher noch keine großen Verluste. Naja, es war klar, dass die Infanterie natürlich auch zurückschießt. Wäre ja auch zu einfach gewesen sonst. Das war's. Die Pack ist weg. Die kleinsten Icons oder die kleinsten Einheiten, die man hier sehen kann, sind übrigens Züge. Lassen sich aber auch zu Kompanien zusammenfassen. Momentan ist es tatsächlich so, dass jeder Counter, den man hier sieht, auch ein Zug ist. Im Übrigen, ich könnte natürlich auch umschalten auf reine NATO-Symbol. Das zeige ich nachher nochmal. Wie ihr vielleicht wisst, ich stehe schon drauf. Ich spiele auch meine meisten Spiele mit NATO-Symbolen. Aber irgendwie, ich finde das Grafikdesign von den Tillerspielen oder jetzt hier von Panzer Battles, irgendwie gut. Und mir gefallen auch die Bilder in der Anleitung bzw. in dem Neben-PDF, das es zur Anleitung dazubekommt. Da schauen wir nachher nochmal rein. Da haben sie auch mal gezeigt, wie sie es machen. Die haben die Fotos nachkoloriert, ausgeschnitten. Es ist schon toll. Mir gefällt es, darum bleibe ich jetzt auch hier einfach mal dabei, dass ich das Ganze, man sieht jetzt hier mit den NATO-Symbolen, irgendwie gefällt es mir. Keine Ahnung. Normal habe ich da keine Aktien in solche Grafiken, aber da finde ich es sehr, sehr passend. So, jetzt haben wir es eine Stunde vergangen. Ah doch, eine halbe Stunde mein Zug, eine halbe Stunde sein Zug. Schon eine Stunde vorbei, jetzt ist es 1 Uhr nachts. Und wir haben die nächsten, ich kann hier übrigens bei Units Scheduled, ich kann nachgucken, welche Einheiten noch alles kommen. Da könnte ich mir die Informationen übrigens natürlich auch rausziehen, wer noch alles kommt. Auch zu welcher Uhrzeit und ich habe natürlich noch neue Einheiten hergekommen sind. Jetzt landen sie schon. Die werden mal, ah, vom, da vom 12. Bataillon, wir werden gleich hinter Feuer genommen, was ist das? Flugabwehr. Dann haben wir 12. Bataillon, 13. Bataillon, kommen die Leute an. Ach, ich liebe es. So, die Fallschirmjäger sind übrigens auch einem Scatter unterworfen. Das heißt, die landen nicht immer in derselben, auf derselben Location, sondern kommt natürlich auf den Szenario-Designer ein, was er einstellt. Aber die haben natürlich auch so ein gewisses, ja, Drop-Pattern. Die landen natürlich nicht alle genau da, wo sie landen sollten. Im Übrigen hat es damals auch nicht wirklich hundertprozentig geklappt. Es lief bei den Briten wesentlich besser als bei den Amerikanern, vor allem wesentlich besser als bei der 101. Luftlandedivision, die extrem verstreut waren. Aber auch hier gab es oftmals Missverständnisse, denn zum Beispiel einer von den Pathfindern, bin mal gespannt, ob es hier in einem Szenario drin ist. Ah, ich glaube, der fehlt. Kann das sein? Wobei, muss nicht sein. Hier, diese Einheit, die hier drüben so versprengt ist. Ja, das ist ein Maschinengewehr. Die sind schon ganz schön weit ab vom Schuss. Und so ist es nun mal mit Fallschirmabwürfen. Man sieht auch überall dieses D. Das bedeutet Disrupted. Disrupted ist jetzt erstmal nichts wahnsinnig Schlimmes. Das heißt, nur die Einheit ist so ein bisschen nicht mehr so ganz geordnet. Was natürlich auch klar ist nach einem Fallschirmabwurf. Und die müssten wir jetzt auch erstmal ordnen. Allerdings werden wir das erst nächste Folge machen. Und da denke ich, wird es auch richtig losgehen. Wie gesagt, der Ausflug war heute mal ein bisschen länger. Auch wieder mit ein bisschen drumherum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ja, dann schaltet euch das nächste Mal wieder ein. Ja, wenn es heißt, Operation Tonga. Komischer Name eigentlich. Müssen wir mal direkt nachlesen, wer sie den hat einführen lassen. Bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.